Erstmals sehen wir hier den Globeline auf Mercedes Sprinter Basis. Ein Fahrzeug, der wirklich mit allen Assistenzsystemen ausgestattet ist, die man sich wünscht. Zum einen den aktiven Abstandsassistenten, Spurhalteassistenten, Seitenwindassistenten. Hier ist das Fahren noch wesentlich sicherer und noch komfortabler geworden. Wir haben hier einen 143 PS starken Motor mit 7 G-Tronic Plus Automatikgetriebe. Das Reisemobil ein teilintegrierter unter 3,5 Tonnen und unter 7 Meter mit 6,96 Meter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020